Das ist dein erster Tag, Junge. Heute wird eine Frau geschlagen und morgen ist es morgen. 20 Jahre läuft das so, Tag für Tag. Der Job macht einen fertig. Nimm ihn nicht mit nach Hause. BK Project. Die höchste Kriminalitäts- und Verbrechensrate im ganzen Abstand. Pass auf, wo du hinlatschst. Pass auf, was du sagst. Ein Cop, der versucht, seine Tarnung zu wahren. Ich kenne ein paar Typen, die wollen uns das Zeug abkaufen. Link nicht so, als wärst du dir sicher. Ich trau denen, wenn es nicht so wäre, wäre ich nicht zu dir gekommen. Arrangier das. Ich will mein Leben zurück, Bill. Ich arbeite dran. Dann arbeite härter. Ein Cop, der versucht, für seine Familie zu sorgen. Wir erwarten Zwillinge. Wir brauchen ein neues Haus. Ich hab nicht die ganze Saison. Das ist kein Problem. Die Situation ist halt kompliziert. Das ist alles. Und ein Cop, der versucht, über die Runden zu kommen. Wollen Sie Ihre letzten paar Tage im Job nicht irgendwie sinnvoll nutzen? Eigentlich nicht. Wir alle sind nicht unfehlbar. Wir werden zur Sünde verführt. Beten Sie um Vergebung. Ich will Gottes Vergebung nicht. Ich will seine Hilfe. Heiliger Michael, schütze uns im Kampf. Sei unser Schild gegen die Sündhaftigkeit und die Bosheit des Teufels. Das ist ein Schild gegen die Sündhaftigkeit und die Sündhaftigkeit.